und warte mal kurz das hier ist der Tupro Lift T144 und jetzt müssen wir erstmal bergauf gehen die Tupro Lift T144 B4 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 Oh mein Gott. Aber guck mal wieder so runter. Da hast du kam, da? Oh, nicht viel Platz. Irgendwie total lang hier, finde ich. Ist das ein Video? Ja. Das ist das Cockpit. Und das Flugzeug. Pilotenplatz. Co-Pilotenplatz. Flugingenieursplatz. Zurück.